Das ist vermutlich das wichtigste Video, das ich bisher überhaupt gemacht habe. Dementsprechend hoch ist der Druck an mich selbst und die Erwartungen an mich selbst. Die Superbike Tech Tractors 2023 sind Geschichte. Exakt vor einem Jahr bin ich an euch gegangen mit diesem alten Video und habe verkündet, dass wir 2023 drei Rennstrecken-Events, drei eigene Motorrad-Rennstrecken-Events machen. Viele von euch fragen sich, wie war das eigentlich? Die waren vielleicht nicht dabei. Wie ging sich das eigentlich aus? Wie zufrieden waren die Teilnehmer? Rückblickend auf die Saison 2023, die wir jetzt im Oktober abschließen, abgeschlossen haben, eigentlich mit unserem Event schon im September abgeschlossen haben, kann ich euch nur sagen, es war ein mega Erfolg für uns als Veranstalter, aber natürlich, und das ist das Wichtigste, auch für viele Teilnehmer, die mit dabei waren. Wir haben als junger Veranstalter, der mit einer kompletten neuen Initiative, mit einem neuen System, mit einer neuen Herangehensweise in diesen großen Haifischmarkt reingesprungen ist, durchaus viel Erfolg gehabt und auch viel dazugelernt. Das Feedback von euch war überwältigend. Wir sind auf euch rangegangen und haben gesagt, bitte sagt uns, was euch nicht gefallen hat. Natürlich ist das schön, wenn wir wissen, was euch alles gefallen hat, aber wir wollten auch wissen, was hat euch nicht gefallen, um noch besser zu werden. Und das hat uns letztendlich auch den Rückenwind gegeben, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt das größte Risiko bisher in mein Leben ein und wir machen 2024 weiter mit den Events. Die Teilnehmeranzahl von maximal 100 Stück bleibt natürlich erhalten, aber die Eventanzahl vergrößern wir auf 5. Das heißt, somit ist das tatsächlich größte Risiko, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und ihr könnt es euch nur vielleicht annähernd vorstellen, wie die letzten Wochen waren in der Vorbereitung, in der Planung, Verträge mit den Rennstrecken, Kalkulationen, Homepage, Buchungssysteme aufarbeiten und so weiter. Es war sehr, sehr umfangreich. Dementsprechend wichtig ist es für mich. Das ist das Allerwichtigste bisher überhaupt in meiner Karriere. Und deswegen gehe ich auch mit einem sehr umfangreichen Video hier an euch raus und möchte euch kurz ein bisschen erzählen, was wir verbessern. Nicht zu viel, nicht allzu viel. Never change a running system. Und das System hat gut funktioniert. Es hat sich bewährt. Es hat sich gezeigt. Die Feedback, was wir von euch bekommen haben, war mega, mega gut. Es gab ein paar Kritikpunkte und die haben wir uns richtig zu Herzen genommen und da haben wir lange überlegt, was machen wir? Wie können wir diese Kritikpunkte heranziehen und das verbessern, ohne das System zu ändern? So, deswegen das Wichtigste und wo wir uns natürlich unser Alleinstellungsmerkmal haben, ist natürlich 100 Teilnehmer pro Event in vier Gruppen, sprich maximal 25 Mann pro Gruppe. Das bleibt natürlich. Das ist das, warum ich das überhaupt gemacht habe. Warum die Idee dazu kam, eigene Tractors zu machen? Dieses System hat sich bewährt. Ihr wart mega happy. Ihr habt keinen Verkehr gehabt. Ihr habt freie Runden gehabt. Der Einsteiger hat keine Angst haben müssen, dass von hinten, was da herkommt, der schnelle Hobbyfahrer hat seine Rundenzeiten fahren können. Und auf Rennstrecken wie am Pannoni-Ring oder am Slowake-Ring habt ihr es euch ja schon fast miteinander ausmachen müssen, damit ihr euch draußen auf ein paar gemeinsame Runden getroffen habt. Natürlich bleibt dieses System beibehalten und das ist genau das, was wir auch für Zukunft immer machen werden. Viele von euch haben uns gebeten, macht das doch bitte in Hockenheim oder in Osschersleben oder in irgendwelchen nördlichen Rennstrecken wie Assen oder so. Das würden wir tatsächlich natürlich gerne für euch machen. Wir haben hier einfach das Problem, dass wir natürlich mit 100 Mann das nicht finanziert bekommen, zum Beispiel in Osschersleben. Osschersleben ist eine sehr teure Rennstrecke und reine 1x1-Rechnung. Man muss natürlich mit den Teilnehmern irgendwo die Rennstrecke finanzieren, aber wenn das so teuer ist, die Rennstrecke in Osschersleben zum Beispiel, das geht mit 100 Mann einfach nicht. Da müssen wir quasi unser komplettes System für Osschersleben ändern und dann werden wir aber wieder genauso wie alle anderen Veranstalter, die es schon gibt, die durchaus alle einen guten Job machen. Ich will ja keinen irgendwie dementieren, aber wir wollen es halt anders machen und deswegen geht es auf diesen Rennstrecken nicht. Deswegen geht es halt auf diesen Rennstrecken, wo wir jetzt 2024 sein werden und 2023 waren. 2023 waren wir zweimal am Pannoni-Ring, einmal am Slowake-Ring. 2024 werden wir sein in Brünn, in Rijeka, zweimal am Pannoni-Ring und einmal am Slowake-Ring. Brünn war mir speziell sehr wichtig, weil diese Rennstrecke ein wahnsinniges Flair hat, eine tolle, riesengroße Rennstrecke ist, eine breite Rennstrecke ist, wo man viele Fehler machen kann in Form von Linien, die verzeiht werden und die Rennstrecke einfach vom ganzen Rundherum mir wahnsinnig gut gefällt und eine typische Motorrad-Rennstrecke ist, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ein weiterer Faktor war, dass die Rennstrecke einen neuen Investor bekommen hat und dementsprechend viel verbessert wird in Zukunft. Und dann haben wir gesagt, okay, Brünn nehmen wir mit, wohingegen andere Veranstalter eher gesagt haben, Brünn nehmen wir raus, haben wir gesagt, Brünn nehmen wir mit. Rijeka, also Automotodrom Grobnik, in Kroatien haben wir natürlich gesagt, okay, da wollte ich eigentlich schon letztes Jahr ein Event machen, da haben wir aber keinen Termin bekommen. Dieses Jahr haben wir einen Termin bekommen. Da sind wir sehr, sehr froh darum, dass wir auch unser Konzept in Rijeka stattfinden lassen können. Was habe ich schon gesagt, 25 Mal pro Gruppe, in vier Gruppen das System bleibt, auch unser Fahrwerksservice bleibt. Also sprich, unser Fahrwerksservice, was beinhaltet der? Ich und der Stefan, also Stefan und ich, gehen zu euch in die Box ins Fahrerlager und helfen euch bei der Setup-Findung von eurem Motorrad. Wir helfen euch bei der Einstellung vom Fahrwerk. Das ist unser Job. Es ist nicht mein Job, hinter der Theke zu sitzen und die Anmeldung zu machen. Das macht der Christoph und die Bianca, meine Frau, so wie auch dieses Jahr. Mein Job ist es, bei euch zu sein. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, mit meinem Roller von Platz zu Platz fahren, mit jedem 10 Minuten Smalltalk, was kann ich dir helfen? Aha, da ist das und das Problem, in der Kurve ist das und das. Aha, okay, probieren wir mal das. Zack, bumm. Und einfach mal so immer wieder stepweise mithelfen. Ich glaube, da haben wir vielen von euch wahnsinnig, wahnsinnig gut helfen können, die dadurch einfach ein super Gesamtpaket bekommen haben. Das ist natürlich alles im Preis inkludiert. Dieses, als nächstes Jahr, ich sage mal dieses Jahr, ich bin schon im 24, haben wir noch zusätzlich, um den Fahrwerksservice zu verbessern, auch für alle gängigen Motorräder, für alle gängigen Motorräder, Gabelfedern, Hinterachsfedern dabei und auch komplette Gabeln und Federbeine. Also da natürlich nicht für jedes Bike, was da ist, aber einen großen, großen Schwung, da will ja natürlich größer werden hier drin, haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, einfach ein größeres Repertoire anzubieten. Und das ist mir auch wichtig, dass wir halt wirklich Möglichkeiten haben. Wir haben großen Hänger, da können wir Federbeine, Federn umbauen, Gabelfedern machen, einmal einen Gabelsimmering, Simmerringe haben wir alle mit dabei, passiert ja ständig mal, dass mal sowas passiert, dass ein Simmerring kaputt geht oder so. Und so kleine Sachen, wie mal Simmerring tauschen, das ist einfach mit dabei im Service, das bieten wir euch einfach, weil wir sagen, das ist so wichtig, weil das bietet einfach niemand anders. Dann haben wir natürlich unsere Riding School, die Ride Riders, alle rund um Max Fritsch und Arne Tode. Da ist optional einfach die Möglichkeit, Trainings, Coaching Turns zu buchen, was aber nicht optional ist, sondern was mit inkludiert ist in der ganzen Sache, ist eine wahnsinnig tolle und sehr umfangreiche Streckenbegehung mit dem Arne Tode. Der hat natürlich viel drauf und da haben natürlich viele Leute in diesem Jahr schon davon geschwärmt, dass das wirklich toll war. Und auch wenn das Wetter mal nicht so toll ist, dann mieten wir uns sofort von der Rennstrecke den Seminarraum an und machen die Streckenbegehung digital. Also da sind wir wirklich relativ schnell im Umswitchen der Möglichkeiten. Die Ride Riders können optional gebucht werden. Dann haben wir natürlich unseren Reifenservice mit Michelin. Ich fahre ja auch 2024 selbst mit Michelin, weil ich von den Reifen sehr überzeugt bin und Michelin einfach ein guter Partner von uns ist. Ich bin mit Michelin ungefähr 1 bis 1,5 Sekunden schneller geworden persönlich mit der Honda und das möchte ich euch gerne mitgeben. Das ist ein wahnsinnig performanter Reifen, der natürlich aber, so wie jeder andere Reifen, einfach auch ein bisschen Bedarf anhand Setup und so weiter braucht. Deswegen ist Michelin auch wichtig, dass nicht der Reifen irgendwo einfach so raufkommt ohne Know-how dahinter, sondern eben alles in unserem Reifensupport, Reifenservice vor Ort an der Rennstrecke ist. Alles rund um Tom Ecker und um mich. Wir haben mittlerweile selber 300 Reifen von Michelin auf Lager, um einfach wirklich hochkarätigen Support, was das Thema Reifen anbelangt, zu leisten. Natürlich haben wir auch Ersatzteile, diverse Sturzteile. Wir haben jetzt auch einen großen Shop mit dabei von Renngrip für Heizdecken. Alles was kaputt gehen kann, Ersatzständer, Knieschleifer und so weiter. Das haben wir alles mit. Alles optional. Wenn wer was braucht, dann haben wir das da. Also da erweitern wir einfach unser Repertoire, damit wir euch einfach mehr bieten können. Wir haben das tatsächlich gesehen, dass irgendwie zwei Leute am Event gesagt haben, Heizdecke ist kaputt, habt ihr noch eine? Ich habe natürlich meinen privaten Hänger mit dabei gehabt, der hat gesagt, ja, hier nimm, hier nimm. Und dann habe ich aber selber keine mehr gehabt. Also jetzt haben wir auch noch mehr dabei, weil anscheinend Heizdecken sterben ein Thema ist. War es zumindest teuer. Dann haben wir nach wie vor natürlich, wir haben vermutlich eine der besten Bilder und Videos, die man nur haben kann. Wir haben mit unserem Fotografen, der Marek. Der fängt bei uns in der Firma fest zu arbeiten an. Der ist jetzt nicht mehr nur als Freelancer dabei für die Events, sondern der ist in Zukunft fest hier im Betrieb. Den nutzen wir auch, um quasi den englischsprachigen YouTube-Kanal weiter auszubauen, beziehungsweise zu starten eigentlich mehr oder minder. Marek ist ein Tscheche, der nah an der deutschen Grenze lebt, sehr, sehr gut ist, was das Auge einmal lang macht. Wahnsinnig tolle Bilder, wahnsinnig gute Videos und ein absoluter Rohdiamant, den ich einfach mit ins Boot hole und habe müssen. Jeder, der dieses Jahr dabei war, hat die Bilder gesehen. Wir blenden auch ein paar drüber ein. Das ist der beste Mann, den man in dem Bereich kriegen kann und den wollen wir natürlich für uns haben und für keinen anderen. Wir haben natürlich fünf Events und dann haben wir uns gedacht, okay, was machen wir jetzt mit unserer Kundschaft, mit welchen von euch, die gerne alle fünf Events buchen möchten. Weil die einfach sagen, okay, finden wir es so geil, wo wir uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, wir wollen bei allen fünf dabei sein. Und da würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bieten ein sogenanntes Superbike Tech VIP Package an. Ich muss dem ganzen Kind ja einen Namen geben. Und das beinhaltet alle fünf Events und mit minus 10 Prozent Rabatt auf diese komplette Package quasi, auf das ganze Jahr mit diesen fünf Events. Da gibt es allerdings nur 20 Plätze, also das ist limitiert auf 20 Stück. Da wollen wir natürlich nicht, dass jetzt da noch mehr, also das muss natürlich schon ein bisschen anspornend sein, dass man da vielleicht bucht. Des Weiteren haben wir Kritik bekommen, was die Boxenplätze anbelangt. Wir haben euch angeboten, 2023 einzelne Boxenplätze, eine eigene Box oder keine Box zu buchen, was legitim ist. Wir haben dabei aber nur eine Sache nicht bedacht. Wir haben natürlich eine gewisse Menge kalkuliert, dass es in diese Box, sagen wir mal, fünf Leute reinpassen. Das funktioniert allerdings nur bedingt, weil der eine hat mehr Zeug dabei, der andere weniger und dann spreizt sich das so ein bisschen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir bieten, wir weiten die Möglichkeiten aus. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, den Boxenplatz entweder für drei Personen zu buchen, für vier, für fünf oder für sechs bei größeren Boxen. In Brünnen ist es egal, weil da passen eh zehn Leute rein. Aber da geht es einfach nur darum, dass wir jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich zahle lieber zwei, drei Euro mehr und habe dafür aber mehr Platz in der Box, dann nehme ich halt den Sammelplatz, den Sammelboxenplatz für drei Personen, also wo nur drei drinnen sind. Und der andere sagt, du, ich habe nicht viel, ich komme mit weniger Platz klar, dafür spare ich mir ein paar Euro. Der nimmt halt den dann für vier Leute oder für fünf Leute. Von dem her haben wir jetzt für jeden was dabei und das haben wir für euch einfach so aufgedröselt, damit es für jeden einfach was gibt. Wer natürlich sagt, du, ich buche eine eigene Box, ich mache mir das meinen Kumpels aus, der kann sich natürlich eine eigene Box buchen. Wer im Fahrerlager steht, der sagt, ich fahre keine Box, ich stehe im Fahrerlager. Hier ist übrigens auch ein Patient Fahrerlager, seitdem ich einen Hänger und Wohnmobil habe, eigentlich nur, weil ich zu faul bin zu ausräumen und so kann ich aus dem Hänger herausarbeiten. Das ist so, persönliche Präferenz. So, dann haben wir eure Kritik in Form von der Verpflegung noch aufgenommen. So, alle haben uns gelobt, dass wir den besten Kaffee haben. War mir selber wichtig als leidenschaftlicher Kaffeetrinker, haben wir natürlich eine gute Kaffeemaschine. Und haben natürlich so ein bisschen Süßereien und sowas dazugelegt und das ist für viele schön gewesen. Andere haben geschimpft, weil sie deswegen so viel Süßes essen. Und viele haben uns geschrieben, könnt ihr nicht bitte da ein bisschen ausweiten auf Obst, Äpfel, Bananen, Birnen und so weiter. Und dann haben wir das so ein bisschen durchkalkuliert, weil das natürlich, da geht es gar nicht ums Geld. So teuer ist es eigentlich gar nicht, das können wir verschmerzen, das kriegen wir hin. Aber es ist ein Gewichtsthema unten, also Packmaßthema tatsächlich. Aber wir bringen das für euch hin, dass wir über die drei Tage von jedem Event auch noch zusätzliche Verpflegung in Form von Obst und ein paar gesunden Sachen einfach mit dazu in unser Package dazutun, damit ihr da nicht unbedingt dementsprechend selbst nochmal das einkaufen müsst. Also zum Kaffee, zum Tee, es gibt übrigens auch Tee. Natürlich Süßereien, die bleiben für die Naschkatzen unter euch hin und wieder. Aber es gibt natürlich jetzt auch Obst mit dazu, dass wir so ein bisschen gesünder in die ganze Sache rangehen. Weitere Kritikpunkt, und da habt ihr richtig recht gehabt, das hat mich eigentlich selbst geärgert, dass ich das nicht gecheckt habe. So, wir haben ja am letzten Tag, außer in Rijeka, in Rijeka machen wir keine Rennen, weil Rijeka vom Zeitplan her das nicht funktioniert. Aber wir haben am letzten Tag an den anderen Rennstrecken jeweils ein Rennen, einmal Superbike, Supersport und Rookie Race. Und das Rookie Race haben wir jetzt auch getrennt gewertet. Zwar das Rennen geht miteinander, also Superbike und Supersport, aber getrennt gewertet. Also jeder kriegt, es gibt dann wieder fünf Pokale vom ersten bis zum fünften Platz in Supersport und Superbike in dem Rennen der Rookies. Und Superbike, Supersport ist sowieso ein extra Rennen. Es ist natürlich so, dass jetzt das Ganze ein bisschen von der Rundenzeit abhängig ist. Das kann man noch nicht ganz so hundertprozentig sagen, wann die Rookies vom Rennen her starten. In der Regel ist es am Pannoni-Ring so ab 2.11, 2.12 starten die Rookies, alles was langsamer wird quasi. Aber das ergibt sich dann so ein bisschen anhand der Zeitnahme. So, dann haben wir einen weiteren Kritikpunkt gehabt und das war die Zeitnahme, dass wir quasi die Transponder schon so nach Mittag abgeben haben müssen am dritten Tag. Das verschiebt sich jetzt auch noch hinten, also die können es ja länger mit Transponder fahren, weil wir die Rennen jetzt erst nach Mittag machen. Also wir machen am dritten Tag noch drei normale Turns und dann gehen die Rennen und dann noch ein normaler Turn und dann machen wir wahrscheinlich die letzte Dreiviertelstunde in der Open Pitline bis zum Ende. Wir fahren bis 18 Uhr auf jeder Rennstrecke, somit habt ihr da auf jeden Fall viel genug Fahrzeug. Wir haben dieses Jahr bei diesen drei Events jeweils drei Rennstreckentagen keine einzige Rotphase gehabt. Also es gab schon Stürze, klar, die gibt es, aber jetzt nichts Dramatisches und natürlich keine Rotphase. Und das liegt einfach so ein bisschen daran, dass wir einfach weniger Teilnehmer sind und dementsprechend Kollisionsgefahren gering sind und natürlich auch im Verhältnis einfach weniger passiert. Das ist das Verhältnis. Und das hat sich natürlich schon ausgezahlt und ja, somit, ich habe jetzt 16, 17 Minuten gelabert. Die Buchung ist freigegeben, unten in der Beschreibung könnt ihr auf die Buchungsseite gehen. Das Video geht jetzt Samstag online quasi heute, also heute ist Dienstag, aber am Samstag geht es online. Wir haben für euch jetzt einen Notfallservice eingerichtet, Samstag und Sonntag. Falls irgendwas sein sollte mit der Buchung, ruft es uns an, schreibt es uns eine Mail, es wird minütlich abgerufen. Also, ich freue mich auf eine wahnsinnig geile Saison 2024 mit euch. Ich freue mich auf jeden von euch, der kommt. Das ganze Team freut sich. Wir sind mega gespannt. Wir arbeiten schon wie die Iren, damit wir echt eine geile Saison 2024 mit euch machen können. 2023 hat uns richtig Rückenwind gegeben. Dafür danke an alle, die dabei waren. Und natürlich danke an alle jetzt schon, die wiederkommen. Wir freuen uns wahnsinnig. Bis dahin. Und ja, kommt es gut über den Winter. Aber wir hören uns ja in der Zwischenzeit eh noch mehrfach. Also, bis dann. Ciao.